Oh, da hab ich mal 5 Tech Nines michtereinander. Und dann eine neue Antik. Der billigste Pinkskin von allem. Oh, voll gelegten speziellen Sound. Aber jetzt trotzdem nicht den Key erinnern. Ah, ich bin. Könnt sich glaube ich sogar rausgehen. Wow, ich hab den Key erinnern. Nice. Profit. Mit 1K. Aber wenn du voller Rechens dann ja nicht mehr so. Hm, ich hab schon mal geschafft, dass ich ein Nive-Tier wie ich die Augen zu hab. Ich mach's noch mal zu. Wenn das wieder ein Nive trägt, dann eskaliere hart. Egal was für uns. Ich eskaliere einfach hart. Dann bin ich wirklich hart am eskalieren. Der Sound hört sich grad extrem speziell an. Ich weiß jetzt ernsthaft nicht, ob ich jetzt nachschauen soll. Entweder ist es wieder so ein ranziger Pinkskin. Oder es ist ein Redskin. Wenn es ein Redskin ist, dann ist es hundertprozentig die Auge. Chameleon. Es ist ein Nive! Es ist ein motherfucking Nive! Jawohl! 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 Ich hab schon wieder ein Nive! Ich hab schon wieder ein Nive! Ich hab schon wieder ein Nive! Oh mein Gott! Er nimmt immer die Augen zu! Immer! Und das Mikrofon überschlagt komplett. Aber ich hab schon wieder ein Nive! Ich hab schon wieder eins! Nein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Ich glaub ich hab noch nie so geschrien beim Nerf! Nicht einmal wie ich das Top-Blau-Bajonette-Fan gezogen hab! Aber das ist ja unglaublich! Ich sag wieder, ich mach die Augen zu! Nein! Ich boxe nicht! Havara! Haha! Ah! Oh mein Gott! Nice! 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 Schaut, man viel testet oder well won! Er viel testet! Ich schätze mal 70 Euro oder so! Oh, ist das Red Bull, ich bin ein Durst. Gut, bisschen daneben geschätzt, 6 auf 50, 5 auf 50. Und gleich wieder ein Video für YouTube. Ist das nicht schön? Ist aber schon so viel Material und Nierzeit, dass ich das beobaheite. Oh mein Gott. Also, Case Opening, Alexander macht mal wieder Profit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.